Nächste Runde, sag mal schnell. Wenn dich unser Stadionsprecher vor dem Spiel beim Verlesen der Aufstellung ansagt, dann nimmt er Moritz, Moritz-Broni oder Momo? Momo. Den Spitznamen hast du seit wann? Seit ich drei bin. Schwäbisch oder Hochdeutsch? Hochdeutsch. Grillen, Sushi-Bar oder Salatbuffet? Grillen. Dein bevorzugter Torjubel? Flickflack. Linker Fuß oder rechter Fuß? Rechter Fuß. Die schönste Stadt, die du bislang gesehen hast? Hamburg. Welcher Spieler muss unbedingt in deine Kickbase-11 und warum? Gute Frage. Ich habe Oliver Kahn gemocht früher. Wie schwer ist es aktuell, den Kollegen beim Training und Spiel zugucken zu müssen? Es ist auf jeden Fall schwer. Ich muss große Geduld aufbringen. Wurde aber schon oft, was das betrifft, auf die Probe gestellt. Und deswegen kann ich damit etwas besser umgehen, wie es vielleicht vor ein paar Jahren der Fall gewesen wäre. Ich weiß, es wird sich lohnen. Wenn es dann soweit ist, wie sieht dein perfektes Debüt für den VfL aus? Einwechslung, zehn Minuten Vorschluss, Siegtreffer, 88. Nehmen wir. Danke, Momo. Gerne.